also Leute, willkommen zu einer Erklärung von die miese Tür ok, ich gehe gerade zu den Ohren, wo ich das mache und dann mache ich einen kurzen Knick so Leute, bin ich dran? ok, als erstes hier, ich baue die Eintracht noch ganz ganz aus hier, ich baue die Eintracht noch ganz ganz aus er müsste es so machen und kommt trotzdem nicht ein bisschen doof aus und trotzdem dann keydessen aus der Mitte Tür natürlich das muss ja nicht das größte Haus sein so 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 ich bin ich bin ich bin und es gibt mehr die 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 noch nicht ja werden